Was geht ab, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Plans vs. Zombies Garden Warfare 2. Wir spielen jetzt die Beta auf der Xbox One und gucken mal, ob ich hier ein Spiel finde. Man muss dazu allerdings sagen, wie schnell geht denn das, Alter? Willst du mich verscheißen? Null Wartezeit, zack, bumm. Okay, cool. Wisst ihr Bescheid. So, liebe Leute, gucken wir mal. Wir spielen jetzt eine Runde mit Rosie. Und gucken mal, was abgeht mit der Alten. Das letzte Match habe ich hier schnell noch alleine zu Ende gespielt, denn das war nach einer Minute beendet. Leiden wir lieber von Anfang an eine komplette Runde mit, oder? Was meint ihr, Leute? Ich glaube schon. Mal gucken, ob das wirklich allgemein besser läuft auf der Xbox. Ich weiß es nicht. Ich habe ja beim letzten Mal gefragt, wie sieht es bei euch aus, die auf Xbox-Spielen läuft, ist das besser. Und siehe an, ihr habt ja selber gesehen, wie schnell plötzlich ein Spiel am Start war. Was ist das da hinten? Muss ich da irgendwie mit Rosie hin? Das sieht aus wie so ein Zauberstab. Aber den Magic-Stick habe ich doch in der Hose. Habt ihr nicht, äh, hä? Hat niemand von euch Candy Shop gehört? Von Mr. 50 Cent? Hau weg, die Sau! Rosie-Action! Double-Rosie-Action! Ist der tot? Ich glaube, der ist tot. Komm, ich rette dich, Kollege. Was ist denn das hier? Beschwören? Hallo? What's going on? Oh, was ist denn das, Alter? Pull die Verteidigungsbasis. Was ist denn das, Alter? Was... Ich blick noch überhaupt gar nicht durch mit Rosie. Hätte ich vielleicht auch erstmal im Garten üben sollen. Egal. Ist aber cool, wie sich die Figuren hier auf diesem Underground verhalten, auf dieser Map. So. Wir wollen natürlich erstmal gucken, wie das jetzt hier mit den neuen Leuten ist. Schnell weg, 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 weg. Beschwören. Verteidigung beschwören. Das jetzt hier beschwören. Ich weiß nicht genau, was das ist hier. Ist das so ein Transporter? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Das, was normalerweise der Klempner auf der anderen Seite gemacht hat. Klempner? Ihr wisst schon, weil ich bin klasse. Ich meine, bei den Zombies. Kann natürlich immer noch keine... Ach du Scheiße! Wie viel Setmax! Ähm... Nein, da geh ich nicht rein. Okay, doki! Weißt du Bescheid! Na klar doch! Warum nicht? Da stehen einfach mal 4, 5 Mags. Okay. Ich hab zwar nicht einen einzigen Abschluss, aber ich bin Zweiter meines Teams. Ich muss ja auch erstmal den Modus raffnen, ehrlich gesagt. Alter, wieso stehen da so viele Mags? Ach du Kacke, Mann. Ist das normal? Leute, das ist doch irgendwie... Puh... Oh mein Gott, Alter! Und dass man die Leute nicht mit einem Mal alle stumm schreiten kann, ne? Weil Leute ja auch immer ihr Scheiß-Headset anhaben müssen. Weil mich das ja auch so interessiert, wie du ins Headset schmatzt. Voll die heftigen Team-Angaben, weißt du? Da kommt er. So. Egal, ruhig bleiben jetzt, Leute. Erstmal ruhig bleiben. Gechillt bleiben. Das ist einer von uns. Ich schleiche mich jetzt mies an. Ach du Kacke. Aufpassen. Sehr schön. Da hinten. Da hinten, Leute. Das mache ich weg. Okay, wir haben den ersten Punkt eingenommen. Jetzt vorwärts. Los, los, los. Go, go, go. Vielleicht kann ich wieder den Teleporter aktivieren mit der Rosie. Hier haben wir den Yeti-Schnapper. Ich bin auch mal gespannt, den auszuprobieren. So. Ich glaube, wir müssen erst mal hier durch, oder? Scheint so. Boah, geil, Mann. Ich mache den Teleporter. Gib mir Deckung, Jungs. Gib mir Deckung. Au, 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 au. Und jetzt schnell. Das Geschütz noch. Komm schon. Yes. Wunderschön. Wuhu. Scheiße. Ich blicke hier gar nicht durch, Mann. Yes. Den haben wir. Fristas, Fristas. Ich muss weg. Heil mich. Du geile Sau. Dankeschön. Danke für die Heilung. Danke. Yes. Komm, ich hole dich. Boah, alter. Mist. Der Nächste, der meint die Leute immer mit seinem Headset. Die Leute immer mit ihrem Headset. Das ist so unnormal nervig. Ihr seht schon, man muss jeden einzelnen... Oder kann man, wenn man Start drückt, kann man dann alle irgendwie? Ach, stimmt. Ich sehe gerade, ich habe die Herausforderung auf der Xbox-Version noch gar nicht angenommen. Na gut, ich habe mich direkt ins Online-Getümpel gestürzt. Das werde ich dann nach diesem Spiel machen. Nach einmal. So. Also mit dieser Nova-Attacke oder wie die heißt, keine Ahnung. Ich nenne sie jetzt einfach Nova-Attacke. Muss ich echt noch klarkommen, Leute. Ist da irgendwie so eine Druckwelle oder sowas, die du aktivierst. Ich kriege den nicht zu fassen, ne? Ich spiele echt scheiße noch. Unnormal scheiße mit der Rosie. Puh. Ist vielleicht auch alles noch zu offensiv, ey. Obwohl, ich bin dritter Platz meines Teams. Also schlecht an sich spiele ich nicht. Ich hole ganz gut Punkte fürs Team halt, ne? Sehr schön. Riesenvorlage geholt. Endlich mal einen Kill geholt. Danke für die Heilung. Super. Und schon wieder tot. Und ich bin so schlecht, Leute. Ja, vielleicht hat ja jemand von euch schon Tipps für Rosie, Alter. Vielleicht spiele ich die echt einfach nur zu offensiv. Ich habe ja noch keine Ahnung. Das ist meine allererste Runde mit der. Kein blassen Schimmer, was ich hier tue. Aber wie gesagt, fürs Team an sich ist es mich ja gar nicht so unfähig gesehen. Boah. Alter Schwede. Level 3. Wuhu, Level 3, Mann. Ich habe vorhin schon einen... Ist er noch hier drin in der Lobby? Ja, Level 50 und Level 40 im Gegner zu bringen. Alter. Egal. Da muss man nichts zu sagen. Guck mal, das Fadenkreuz ist rot. Oh, ich habe den Kill bekommen. Oh Gott. So ein bisschen weinen wollte ich gerade. Pokewolf. Ich bin auf deiner Seite. Nö. 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 Damit lege ich mich nicht alleine an. Ganze vergessen. Ganze vergessen, Kollege. Aber der Modus gefällt mir bisher. Ist halt die andere Variante als im Dingens, im Vorgängerspielen. sehr nice. Sehr schön. Sehr schön. Aber man merkt schon, bei den Zombies ist auf jeden Fall der Wicht am Start, oder? Und dann warten sie, bis dieser Set-Mag da ist und dann geht es richtig los. Und das ist natürlich ein bisschen viel. Mal gucken, ob das, ob das balanciert ist, überhaupt. Das wird natürlich jetzt mit so einer Beta getestet, überhaupt. Aber was wir am Anfang gesehen haben, da 4-5 Max oder 3-4 Max leistet, ist natürlich schon eine Ansage. Also. Aua, aua, aua. Sehr nice, sehr nice. Was ist hinter mir denn hier? Das ist einer von uns. Ich bin zu weit vorne. Definitiv. Nein! Ah, der scheiß Klempner. Okay, jetzt mache ich ein paar Punkte gerade. Hilfe, der hat mich nicht gesehen, der hat mich nicht gesehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes! Scheiße! Ich bin in der scheiß Granate gefangen. Komm, ich gehe da jetzt rein. Ich bin eh fast tot. Nein, ich bin doch noch gestorben. Code Hacker. Cool, Alter. Voll der Nerd. Hammergeil, Leute. Rundescheiß. Ich habe so Bock auf die ganzen neuen Klassen und alles. Und ich habe natürlich auch Bock darauf, dass ihr Bock drauf habt. Also wie gesagt, das ist schon im ersten Part gesagt, im zweiten auch. Wenn ihr mehr sehen wollt von Plans, dann lasst auf jeden Fall gerne ein bisschen Feedback dann. Die ersten Folgen liefern jetzt noch nicht so krass, aber liegt vielleicht daran, dass jeder das im Moment zocken kann, der nicht stimmt. Aber wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach mal ein bisschen Support da lassen, nicht wahr? Nein! Dann klaut er mir die Punkte. Ah, ich glaube, diesen Modus kann man... Im Migma-Modus. Wie komisch, was habe ich vorhin gesagt? Im Migma-Modus. Ich glaube, den kann man auch für solche Aktionen ganz geil gebrauchen, ne? Um sich da kurz reinzuschleichen. Das ist, glaube ich, ganz nice, ne? Wollte ich natürlich noch alles herausstellen, wie man damit hantieren kann, etc. pp. Aber bisher gefällt mir Rosie eigentlich ganz gut. Ich bin immer noch Zweiter meines Teams. Ich habe 15 Abschüsse, aber da werden alle gezählt, oder? Was ist denn jetzt los? Haben wir verloren? Ich glaube, wir haben verloren, ne? Ja, toll, haben wir. Aber wir haben ja mal richtig übel verloren. Alter Schwede! 15.000 Münzen mit einem Spiel? Nicht schlecht. Ich bin nicht bester Spieler dabei. Das muss ja ein Fehler sein, irgendwie. Na gut, ich fand mich eigentlich gar nicht so schlecht. Für das erste Spiel allgemein online so richtig gespielt. Bisher waren das immer nur ein, zwei Minuten Schnipsel. Für das erste Spiel mit Rosie ist, glaube ich, okay, oder? 1,5 KD. Ich dachte, das wäre auch ein bisschen schlimmer. Aber ich würde sagen, das geht in Ordnung. Ich gebe mal zurück. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Erstes Spiel online. Wir können beim nächsten Mal natürlich nochmal einen anderen Modus probieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ja, allgemein, wenn ihr Bock habt auf Planes Elastic, gerne eine Bewertung da. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Dank fürs Zusehen. Und tschüss.